weiter geht es ins hauspark nachdem wir in der letzten folge den schleim besiegt haben geht es jetzt wieder weiter gegen die nazi zombies und elfen ich weiß gar nicht mehr was diese probenschalen was das für eine folge war ich kann mich zwar daran erinnern aber ich weiß nicht was es war das sind unsere leute alles herr gibt mir alles wie kommen wir hier durch klar kann ich mich verstecken siehst du doch auskommen wir auch nicht ich glaube wir müssen seine schüsse hierhin locken ach so ne alles da nachschluss falsche taste schiff wir sind geschwächt so ach dreck jetzt haben wir uns echt noch selber damit verletzt du brauchst erstmal gesundheitstrank ach ne scheiße er hat reflektieren das heißt wir dürften theoretisch in ruhe angreifen können das gibt es dass hier passt hier bei es ag Logan so eigentlich sollte das ja fast alle wir haben uns doch lieber und los nicht schon wieder sein schild so jetzt reicht es mir aber auch mal ach ich will doch nicht die fähigkeit haut bei ihm nicht so dörren verdammt das ist nevendig das ist nicht vorbei gut work douchebag man the catapult and let our guys in the front door everyone fall in das können wir ja schon ist ja gut use your magic to open the front door that's it hurry open the door before they know what's happened push forward i must save my strength for the final battle oh oh Wolf-Brother, hiebe meinen Telefon! Ich habe ihn! Konterhaltung. Das heißt, glaube ich, ich muss einen Fernangriff mal starten. Tschüss! Oh, nein, 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 nein! Oh, oh, jetzt ist er ein bisschen wütend. Alter! Hat er jetzt immer noch Konter drin? So, du musst erst mal einen Snack zu dir. Oh, der hat aber auch ein Rindertyp. So, Fähigkeit. Oh, das war nicht so gut. Probieren wir es noch mal. Ja, wir haben ihn besiegt. Mal gucken, wie gut sein Schwert ist. Äh, ich würde auch gern... Danke. Sterbmenschen. Okay, die Zombies sind also überall hier, scheinbar. Äh, Schwert, Schwert, Schwert. Ist es besser? Oh, yeah. Wieso hat... ... 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 Ich bin schockiert. So, alle betäubt, dann mal ran hier. So, sein Schild ist weg. Und wir attackieren noch mal die beiden. Kein Schild, du Arsch. Reflektieren kannst du gern. Yeah, Level 12. Da ist noch ein Schrank. Zack. Hey, her, damit. So, wir haben noch eine Aufwertung. Zack. Wer sammelt denn da so? Ist das wieder, äh, Jimmy, oder wird? Please don't ask me, homie. Ja, ja. Du bist gleich down. Dann brauchst du dich nicht mehr quälen. Wir müssen wohl auf die Toilette. Oder auch nicht. Verdammt, schon wieder die falsche Hand benutzt. Hat's aber nicht. Nochmal. If it passes, we need to get a free wish. Was is I? Aich. We need to. Nee. Aich. We need to. Ah, nein. We need to. It picks up. vierte klasse fünfte klasse na gut wir machen ein bisschen folge weiter spitze danke mich bis dann